Einige von euch wissen, dass ich sehr auf gute Rockmusik stehe, klassischer Stil und der kommt heute auch aus der Flasche. Was da auf euch wartet, das verrate ich euch wie immer in den berühmten 6 Sekunden. Hey, schon dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und vielleicht mit mir jetzt auch die Pommesgabel macht, denn es gibt eine Rock'n'Roll-Bier, ein Band-Bier steht auf dem Programm und da ist von keiner geringeren Band als der lautesten Band der Welt die Rede. Es geht natürlich um Motorhead und Camerons Brewery hat das Motorhead Road Crew Pale Ale gemacht. Und das hat mich ja schon ein bisschen verblüfft, dass da ein Pale Ale an den Start dürfte, aber ich bin da ja sehr offen und freue mich ja, dass es jetzt nicht irgendein langweiliges Lagerbier ist, wie das ja bei den meisten Band-Bieren so der Fall ist. Und Motorhead, die haben da offensichtlich dann mal ordentlich einen von der Kette gelassen. Gibt es ja, glaube ich, nicht mehr die Band. Seitdem leider Lemmy, der Bassist, der die Bassgitarre immer mit einer Mutter bearbeitet hat, ja dann doch irgendwann mal den Lebenshorizont hinter sich gelassen hat. Und ja, aber das Bier lebt weiter, die Musik lebt weiter. Und dieses Bier mit Road Crew, weiß gar nicht, wie man das im Englischen aussprechen würde, wahrscheinlich Road Crew, weil man das Öl gar nicht kennt, ist angelehnt an einen Motorhead-Song, der auf dem 1980 erschienenen Album of Aves of Spades war. Ich hoffe, der Song ist wenigstens den meisten bekannt. Denn da war auch ein Lied drauf, das hieß We Are The Road Crew. Und da ist eine Liedzeile, da heißt es dann I just love the life I lead, another beer is what I need, another gig my ears bleed, we are the road crew. Und damit wäre, glaube ich, schon alles erklärt. Another beer I need on the road crew für den nächsten Gig. Und dann haben wir das Ganze auch schon einfach beisammen. So, hätten wir das mal geklärt. Jetzt müssen wir mal erklären, was hier in die Flasche gekommen ist. Das ist nämlich auch spannend genug. Das Bier ist mit 5,0 Volumenprozent Alkohol hier in die Flasche gekommen. Aber viel spannender finde ich, was da an Zutaten drin ist. Es ist nämlich hopfenseitig Galena, noch nicht so außergewöhnlich. Branding Cross, auch jetzt noch nicht so schlimm. Aber jetzt kommt Hallertauer, Mandarina Bavaria und Hüllmelon. Ja, also da ist richtig was geboten fürs Ohr. Pale Ale Malz und Weizenmalz ist dann auch noch mit drin. Und dann, glaube ich, könnte das hier echt ein ziemliches Leckerchen werden. So, guck mal, Blick hier auf die Bottle Cap. Da ist natürlich das Motorhead-Logo. Kann man das ja mal erkennen, ja. Und ich rücke den jetzt ungern hier zur Seite. Ich mache den mal versanft auf, weil irgendjemand wird den sicher haben wollen. So, halbwegs gerettet. Und dann geht es hier mal für meinen Motorhead Pale Ale, hätte ich nie gedacht, ab ins Glas. Und wir sind, glaube ich, alle gemeinsam sehr gespannt. Ich glaube, es gibt auch einige von euch, als ich das beim Unboxing-Video, auch bei der Kalea Beer-Testing-Monatsbox gezeigt habe. Da gab es einige, die gesagt haben, ja, das kenne ich, super Bier. Okay, also, wir haben eine schöne, klare, aber richtig tiefgoldene Farbe. Ein schöner weißer Schaum, der jetzt nicht so intensiv da oben drauf hängt. Dafür aber richtig schön fein und schön am Glas hängt. Intensive Kohlensäure. Ich glaube, es ist alles dabei, was ein gutes Pale Ale brauchen kann. Jetzt brauchen wir noch ein gutes Aroma. Also, ja, schönes Aroma. Ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt hier gerade aus den Socken bläst. Aber schön fruchtig in der Nase, so ein bisschen diffus, Hopfennoten mit dabei. Und vor allen Dingen, und das ist vielleicht auch, ob der etwas dunkleren Farbe jetzt nicht so außergewöhnlich, schöne Karamellnote. Ein bisschen schön karamellmalzig. Und jetzt würde ich, oh, jetzt kommt die Frucht ein bisschen durch. Ich habe jetzt auch hier kein Tastingglas genommen, aber das wäre mir jetzt auch ehrlich gesagt bei einem Motorheadbier ein Stielglas. Also, das ist ja schon das Höchste der Gefühle. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Rock on. Oh. So, jetzt habe ich ja gesagt, eigentlich hätte ich erwartet, dass das hier so ein langweiliges Lagerbier wird. So, Bandbier, ja komm, hau mal irgendein Lager raus, machen das irgendwie ein bisschen besonders, geht schon. Natürlich kann man jetzt mit einem Pale Ale nicht komplett übertreiben. Ja, also, dass das jetzt hier eine super Fruchtbombe wird, dann wird es sich wahrscheinlich auch nicht verkaufen. Da werden auch die meisten nicht Craftbier trinkende Motorhead-Fans denken, hä, geht's euch noch gut? Und so muss man ganz ehrlich sagen, startet dieses Bier auch. Es ist schön hopfig, aber es kommt die Frucht jetzt nicht so mit einer, die fällt jetzt nicht ins Haus rein. So ein bisschen Zitrusig, eher auf der greppfruchtigen Seite zu Hause. Also schön viel Zitrusfrucht da, aber die Greppfrucht, die bringt dann auch so ein bisschen Säure mit. Der Hopfen ist schön grasig. Also, es ist, ähm, soll ich das jetzt sagen? Nee. Es ist so ein bisschen das Lagerbier unter den Pale Ales, ja. Es hat schönes, brotiges Malzgefühl mit dabei. Karamell ist schön mit am Start. Und es arbeitet sich so langsam, so dieses weiche Mundgefühl, was man eher von Ales kennt, arbeitet sich so langsam durch. Leichte Würze im Hintergrund. Es ist jetzt alles nicht so übertrieben und jetzt irgendwie ins Extreme. Aber ein schönes, leichtes Mundgefühl hat es. Und auch so diese Fruchtigkeit und der auch fruchtige Hopfen, der kommt immer mehr, immer mehr baut er sich auf. Und dann merkt man so, okay, ja, es ist jetzt kein Lagerbier. Das ist eher so ein bisschen was Ähnliches. Aber der schöne, bittere Hopfen, da wo ich jetzt glaube, dass der sicher auch irgendwo so um die, ja, wahrscheinlich 30 Bittereinheiten hier mitbringt. Das freut dann schon. Der Körper ist so im schlanken bis mittleren Bereich. Mittlere Kohlensäure, das ist schön erfrischend. Das ist eine super süffige, glatte Textur. Ja, das Bier muss ja getrunken werden, muss ja was weg davon. Und im Zweifelsfall auch nicht nur eins, sondern 15. Also, das passt schon. Also, man muss einfach mal die Kirche im Dorf lassen und dann auch schauen, was hat man sich da eigentlich ausgesucht und für wen ist das und welches die Zielgruppe. Und das ist jetzt sicher nicht der Craftbeertrinker, der normalerweise nur die edelsten New England IPAs trinkt. Also, glaubt, da seid ihr mit mir einer Meinung. Was aber schon auffällt ist, die Bittere nimmt stetig zu. Auch hinten raus. Mir hängt auch deutlich nach. Also, man hat dann so ein schönes, leichtes, bitteres Gefühl am Gaumen. Es wird ein bisschen trockener, nicht mehr ganz so fruchtig. Also, dieses Zitrusige geht ein bisschen zurück. Es bleibt noch so ein Rest Gräbfrucht da. Aber auch die Würze wird ein bisschen mehr. Und es ist eigentlich ein superschönes Bier. Und mich hätte jetzt auch nicht gewundert, wenn Sie hier draufgeschrieben hätten, Session IPA. Da steht jetzt American Pale Ale drauf. Unterschreibe ich alles. Passt soweit. Ist halt eher so ein bisschen auf der eher knackigen und herberen Seite zu Hause. Und eher auch ein American auf der East Coast Seite als tendenziell auf der West Coast Seite. Aber richtig gutes Bier. Nicht besonders jetzt so aufregend. Aber ich glaube, da habe ich schon schlechtere Biere von Bands getrunken. Und jetzt muss man einfach sagen, deshalb gibt es vor das Motorhead Road Crew Bier. Angelegt an das We Are The Road Crew von dem Ace of Spades Album von ProbierTV gibt es dafür. 3,5 Punkte für das Road Crew Motorhead Pale Ale. Und dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch kein Abo habt, ganz schnell da unten nachlösen. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin sage ich Tschüss Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.